Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über FileMaker Pro. Mein Name ist Carsten Risseu und in diesem Video geht es um Script Triggern und wie man Tastendrucks abfangen kann in FileMaker. Vor mir ist eine Datei, eine Beispieldatei, die Abonnenten von Come to Publish einfach zusammen mit der aktuellen Ausgabe, mit diesem Video, erhalten. Die Beispieldatei zeigt, wie man Trigger dazu nutzt, bestimmte Abfragen zu machen und wie man einen Tastendruck abfangen kann. Zuerst aber zur Frage, was sind denn überhaupt Script Trigger? Nun, Script Trigger, das sind Momente im Ablauf einer Software, im Ablauf von FileMaker, die bei bestimmten Ereignissen ausgelöst werden. Und Script Trigger gibt es überall in FileMaker. Es gibt sie zum Beispiel bei den Dateioptionen. Und wenn ich dort schaue, das sind die Dateioptionen von dieser Datei, die gerade offen ist, dann habe ich hier die Script Trigger. Und hier kann ich sehen, beim ersten Fenster öffnen kann etwas ausgelöst werden, beim letzten Fenster schließen und bei anderen Sachen. Das sind für die Datei ganz wichtige Events, das sind Ereignisse. Und man kann bei jedem dieser Ereignisse ein Script auswählen. Und dasselbe passiert eigentlich auch hier, wenn ich jetzt hier eine Taste betätige, also wenn ich zum Beispiel Buchstabe R tippe, dann wird hier ein Resultat eingegeben. Und das zeigt mir, dass hier etwas ausgelöst wurde, in dem Moment, als ich einen Tastendruck gemacht habe. Gehe ich jetzt im Layout-Modus und klicke hier auf dieses Feld, mache einen Rechtsklick, dann habe ich hier im Kontextmenü den Eintrag Script Trigger einstellen. Auch dort habe ich eine Liste von Möglichkeiten, eine Liste von Ereignissen bei Objekt betreten. Und hier habe ich ein Script hinterlegt bei Objekt Tastendruck. Das heißt, wenn ich bei diesem Objekt reinklicke und eine Taste drücke, dann ist das Feld zuerst einmal ausgewählt, weil ich den Cursor reingesetzt habe. Aber sobald ich dann etwas in dem Feld mache, dann kann ich hier ein Script drauflegen. Und das habe ich jetzt gemacht. Ich habe hier ein Script mit Namen Keystroke hinterlegt. Und das wird mit dem Parameter GetKey aufgerufen. Wir schauen das nachher noch an. Also was hier passiert, ist ganz einfach. Ich habe hier jetzt einfach einen Tastendruck. Also ein Backspace hat hier zum Beispiel auch so eine Löschtaste, hat hier jetzt den Code 8. Das ist eine wertvolle Information. Ich kann also mit diesem Tool, es ist eigentlich schon ein kleines Werkzeug, kann ich abfragen, welche Tasten welche Codes haben. Dann kann ich auf Basis von diesen Eingaben zum Beispiel Skripte steuern. Oder ich kann irgendwelche Angaben auswerten. Ich kann irgendetwas auslösen. Das heißt jetzt diese Script Triggers, die werden dazu genutzt, einfach bestimmte Abläufe zu verfeinern, überhaupt erst in Gang zu setzen oder etwas anderes zu machen. Also ich kann ein Script auslösen über eine Taste zum Beispiel oder über ein Dropdown-Menü. Dann muss ich das als Benutzer selbst machen. Aber diese Script Trigger, die reagieren, wenn zum Beispiel ein Fenster aufgeht oder irgendeine Eingabe gemacht wird in einem Feld. Script Trigger sind deshalb sehr sinnvoll und sehr nützlich bei der Programmierung von Lösungen in FileMaker Pro. Im nächsten Video schauen wir uns an, wie diese Beispieldatei dann aufbereitet ist und welche Skriptschritte wir einsetzen können. Judy Trigger Die Stabilität Zum Beispiel Der Die Stabilität , dieser